Willkommen bei Mystery Box. Heute präsentiere ich euch weitere unheimliche Geistervideos. Bevor wir anfangen, würde ich euch gerne mitteilen, dass auf dem Kanal zwei neue Serien erschienen sind. Eine UFO-Serie, da werden ab jetzt Weltraumthemen besprochen, gemischt mit UFO-Clips. In kuriosen Kuriositäten gibt es ein paar Mystery-Kursgeschichten gemischt mit bizarren Clips aus dem Netz. Dieses Geistervideo in der heutigen Liste stammt vom thailändischen Geisterkanal Gangguapay. In diesem Video halten die Geisterjäger ein uraltes thailändisches Beschwörungsritual ab, direkt bei einem Autorunfallort, wo traurigerweise Menschen ums Leben gekommen sind. Die Thailänder glauben, dass wenn jemand plötzlich aus dem Leben gerissen wird, sein Geist bzw. seine Seele für mehrere Wochen an dem Ort bleiben, wo sie verstorben sind. Da diese Menschen nicht gemerkt haben, dass sie gestorben sind und massiv verwirrt sind. Nun ja, je nach Kultur anderer Glaube. Während sie das Ritual abhielten, sprang die Autohupe auf einmal an, was sie natürlich in Angst und Schrecken versetzte. Am Ende des Clips sehen wir eine dunkle Gestalt vorbeiziehen. Was meint ihr, was das gewesen ist? Nummer 8 Hattet ihr jemals das Gefühl, als würde euch jemand beobachten, obwohl keiner in der Nähe gewesen ist? Eine Reddit-Nutzer hatte das selbe Gefühl und begann aufzunehmen. Hattet ihr jemals das Gefühl, als würde euch jemand beobachten, dass sie nicht in der Nähe gewesen sind? Hattet ihr jemals das Gefühl, als würde euch jemand beobachten, dass sie nicht in der Nähe gewesen sind? Reddit-Nutzer meint, dass es keiner von seinen Familienmitgliedern sein könnte. Denn die haben alle eine dunklere Hautfarbe als das Gesicht, was in der Aufnahme zu sehen ist. Also, ihr J consumes das Photoshop, was sie nicht in der Nähe gewesen sind. Ob es nun echt oder fake ist, überlasse ich euch zu entscheiden. Die nächste gruselige Aufnahme wird letzte Woche auf vielen spanischen Kanälen sowie auch Social Media geteilt. Der Clip ist kurz und es gibt fast gar keine Informationen über ihn. Nummer 6 Die nächste Aufnahme wird auf Facebook hochgeladen durch den Nutzer 207 Paranormal. Es ist eine Dashcam Aufnahme. Auf dieser Aufnahme kann man eine dunkle Gestalt sehen, die vor dem Wagen vorbeizischt. Die Gestalt ist viel zu schnell um ein Tier zu sein. Was meint ihr, was das gewesen ist? In diesem Clip besuchen wir das alte und angeblich von Geistern heimgesuchte Leopard Inn Hotel in England. Wir werden bei diesem Besuch durch die paranormalen Ermittler von den YouTube-Kanalen Ghost Tech Paranormal Investigations begleitet. Das Team startete ihre Ermittlung mit ein paar Fragen. Und nur über 10-15 Minuten nachdem, die EMF-detektor ausging und wir sahen Schäuze auf den zweiten Flühen. So, der dritte Flühe, walkthrough. Is there anyone up on this floor that can hear me? You spoke to me not long ago. So, last time I was here, I sat in that chair. And I asked you, if you knew who I was, and you responded. Can you do that again for us please? Maybe bang on the door or open the door. Will I just hear a child's voice? Did I just hear a child's voice? I feel it's really cold behind me as well. Yeah, I've just gone cold. Did you feel that? Yeah, I felt it. Where did it come from, Pete? Big gasp, well not gasp, but a lot of cold air coming into my back from there. Something's moving down that way as well. Yeah, and getting a big key. Something's moving. Bring a K2 in here, Jeff. I can hear you talking. Can you make a noise? Did you hear that? Yes. Yep. Can you make a noise? Can you make a noise? Can you make a noise? What did you make a noise? Did you hear that? Yes. Can you hear it? Can you hear it? Can you hear it? Yeah. Yeah. Who are you? Behind me? No, it's down there. Are you sure? Yeah. Yeah, definitely, it's not behind you. It's ahead of us. Come here, come show yourself. Behind me? No, it's down there. The Ghost Tech Paranormal Team Hat das Ghost Tech Paranormal Team jetzt wirklich was Paranormales aufgezeichnet? Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Und den Link zu diesem Video findet ihr in der Beschreibung. Nummer 4 Dieser Clip wurde von einem Reddit Nutzer gepostet. Er zeigt eine Aufnahme, die in einem Kinderkrankenhaus gemacht wurde. Auf der Aufnahme ist ein Kind zu sehen, der in einer Sekunde da ist und schon bei dem nächsten Frame nennst, wo zu sehen ist. Er ist ein Kind zu sehen, der in einer Sekunde ist, der in einer Sekunde ist, der in einer Sekunde ist, der in einer Sekunde ist. Interesting. But his face, if you go a little slower, you can see it completely and go to his frame. There, you can catch his face. Yeah. That's interesting. Wait, scroll all the way down. And then he's gone. I want to look at the shadow. And the shadow pops up. Right here, there, and gone. It's not her, it's not Wendy's shadow. It's too late. It's too late. Das war's für heute. Das Spa hinter den Equitum Dueto YouTube-Kanal hat etwas Unheimliches bei deren letzten paranormalen Ermittlungen aufgenommen. Sie bemerken eine dunkle Gestalt in den verlassenen Gebäuden. Aber als sie dieses Gebäude betraben, war keiner dort zu finden. Viele noch. Viele noch. Grasias, Facundin. Grasias, Herma. Wey. ¿Qué, wey? ¿Hay alguien ahí? ¿En la ventana, wey? Sí, wey. Parecé como si hubiera alguien. No, no sé. ¿Mames, wey? ¿Qué es eso, wey? No mames. ¿Qué pedo, wey? ¿Se metió alguien? Ja, wey, 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 es da para la protección, wey, pero parecía como si yo estuviera asomado, wey A ver, a ver, a ver ahí, Ginete, ustedes si pueden checarle ahí Y regresen a transmisión, wey Aguanta, 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 aguanta Buenas noches ¿Hay alguien ahí? Por ahí pendientes, este, patito, comunícate con Alan y con Ceci, Jessy, perdón No sea la de malas, que vamos a estar ahí Buenas noches Hola, wey No mames, wey, ¿qué pedo? ¿Qué viste, wey? No, no estoy seguro, wey, porque Me tapó la protección, wey, como que deslumbó Ajá, como que regresa la luz, ¿verdad? La protección Sí, regresa la luz, la protección, wey No, no estoy No, no estoy You see? Sie sehen? Ja, ich sehe die Schatten. Sie sehen, wie es ist? Ja, das ist ja. Das ist ja. Das ist ja, das ist ja. Sie sehen? Ja, ich sehe die Schatten. Sie sehen, wie es bewegt? Ja, das ist ja. Das ist ja, das ist ja. Das ist ja, das ist ja, das ist ja. Das ist ja, das ist ja, das ist ja. Das ist ja, das ist ja. Das ist ja, das ist ja. Hold on. Hold on, hold on. Diese Aufnahme stammte ebenfalls von Reddit und wurde während einer Gedenkfeier aufgenommen. Konzentriert bitte eure Aufmerksamkeit auf die Tür hinten. Das ist ja, die Gedenkfeier von John 6, 37-40. At that time Jesus said to the crowd, »Hei, will come me and I will not reject anyone who comes to me, because I came down from heaven not to do my own will, but the will of the one who sent me. Ein Luftdurchzug würde so eine schwere Holzdür niemals bewegen können. Was die Aufnahme unheimlicher macht ist der Fakt, dass niemand von den Anwesenden es zu bemerken scheint. Kleine Erinnerung an euch, um die Glocke zu aktivieren. Aber ansonsten war das alles für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.